So, hallo, hallo und willkommen zu einer anderen Folge von RaftyDi, Raft, Raft Und, ähm, so, ich hab jetzt hier offscreen, ähm, ein paar, ähm, hier, Netze hier gebaut Also hier, schnelle Ressourcen bekommen Und genau, ich hab mich nämlich erkundigt und schwimmen wir hier eh im Wind Genau, man kann jetzt hier, nämlich, äh, die, ähm, gibt's nämlich irgendwo, genau, äh, Pflanzenkleber Die schleppen nur aus Seetank her, also, man kann praktisch Seetank anscheinend hier im Ofen braten, stimmt das? Okay, ja, das geht, ähm, und dann kann man es hier erforschen Nachdem, wir haben ja schon eins, deswegen können wir es hier gleich erforschen Okay, was ist die Beschreibung? Ein bisschen wie Schleim, okay Sieht doch schon aus wie so ein Schleim Okay, können nämlich, glaub ich, jetzt ein bisschen mehr erforschen Okay, nice, äh, eine leere Flasche kann mit Wasser gefüllt werden Ich glaub, das ist einfach der, äh, Trink-Dings, ne größer Okay, Leute, wir können dann den Topf craften Verarbeitet Basisnahrung zu erstaunlichen Mahlzeiten Okay, lol Einen Bogen haben wir, okay Und, ähm, schießt Pfeile grob dorthin, wo du ihn siehst Okay, flossen, erhöhen die Geschwindigkeit unter Wasser Und halt den Topf Okay Leichterst mal hier alles schnell Und was hab ich hier denn noch, okay Irgendwie kann man auch hier, okay Was gibt's da noch? Sauerstoffflasche Ich glaub, da kann man nachher fischen, äh, nicht fischen Äh, kann man hier tauchen gehen Okay, Ferngas gibt's auch Aber wir brauchen mal leere Flaschen Wo stellt man leere Flaschen her? Wo sind leere Flaschen? Flasche, Flasche, Flasche Wo ist Flasche? Hier ist Flasche Okay, vier, äh, Kletterpflanzen Lieber Ich lass's hier mal schmelzen Wir bekommen hier richtig viele Ressourcen Ich könnte eigentlich demnächst hier, ähm Einen zweiten Stock draufbauen oder so Und hier so, wo man einen Balkon macht Was könnte ich, äh, die Folge hier machen Okay, dann schmelze ich das hier nebenbei Wir haben nämlich eh relativ viel, ähm, Dings hier Nur keine Blätter, das ist das Ding So, bam, bam, bam Ich könnte eigentlich ausbauen Ich glaub, ich baue mal aus Ich meine, Weihnachts Ich baue mal hier aus hier oben Also die Frage, wie mach ich das hier mit dem Aufgang? Äh, äh, äh Hier, jetzt überlege ich gerade Ich glaub, ich mach einfach so So, bam, bam Bam, ich glaub irgendwie, hier, hier mach ich so'n Balkon Oder soll ich gleich komplett groß machen? Ich überleg grad, soll ich ein Balkon oder gar kein Balkon? Äh, ich überleg gerade Ich glaub, ich mach keinen Balkon Was soll ich ein Balkon machen? Ich überleg gerade Böser Detlef Böser Detlef Böser Ich glaub, das ist Detlef von 5 Euro, oder? Wenn ihr das wisst, schreibt mir in die Kommentare Oh, und hier geht ein, äh, ne Chest vorbei Böser Chest Okay Ich glaub, die, äh, Seile hier sammeln nicht allzu viel an Aber ich glaub, wenn wir unser Boot hier vergrößern, dann, ähm Sammelt das schon relativ mehr an So, bam Oh Oh, das brauch ich nicht Okay, Leute Ich hab auch das Dings instant kommen Ja, die Chest hier Ich brauch unbedingt hier solche, ähm, Blätter Äh, ich, ja gut Eigentlich brauch ich nicht wirklich Blätter Holz brauch ich, glaub ich, eher gerade So, bam Dann geh ich hier hoch So, dann brauch ich so So, ich könnt ihr eigentlich ausbauen So, dann mach ich so, bam Soll ich ein Balkon machen? Ich glaub Ich mach einen Balkon Ich mein Ja, ich mach einen Balkon Nee, nee, nee Ich mach keinen Balkon Egal So, ich brauch Essen Falk mal drauf und trinken Oh, oh Okay, der Platzkleber ist auch schon fertig wieder So, ich esse auch hier schnell die Rüben Die roten Rüben Und trinken brauch ich auch Wo ich meine Trinkding's Hier ist sie So, bam Hab ich noch Kartoffeln So, mach ich gleich so Ich brauch noch Zweisig Pflanzenkleber Nimm ich Dann kann ich Ähm Wie die Flasche kaufen Äh, kaufen Äh, craften Und Ja Ich geb hier direkt Wieder gleich Äh, nochmal mehr Wasser rein Hier Pflanze die Rüben nochmal So, dann brauch ich hier gleich noch das Wasser So, ich wollte eigentlich hier so eine Baum-Dings machen Kann ich auch demnächst machen Ich lass das mal hier oben Ich hab das Ich brauch ein bisschen Holz auch noch für die Baum-Plattform da So, ich brauch mal hier zwei Baum-Plattformen Weitere sind grad richtig selten Oh, und hier schwimmt Der Detlef Ich hoffe, der beißt nicht gleich an Ich glaub nicht, dass er anbeißt Okay Es haben auch viele geschrieben, dass ich halt Fenster einbauen soll Deswegen mach ich das gleich im zweiten Stock Weil, ich glaub, wenn man hier was zerstört Dann, ähm Kann man das Also, kriegt man kein Items mehr Das heißt, es ist einfach kaputt Wir brauchen noch eine Fackel oder so Ähm Ein Fackel der Redino Genau So, ich glaub, ich baue jetzt erstmal einen So einen Baum hier an Wie baut man so eine Baum-Plattform So, ich schau gleich So, wir bauen hier so eine Anbaufläche Genau Äh, ein schon hier, sechs Okay, es geht eigentlich Oh, ich hab's auch bekommen Okay, nice Das heißt, ähm Ich brauch auch sechs, äh, Nägel Ein schon hier Vier Seile, hab ich schon Ich glaub, ich hab hier genug Und zehn Planken Das heißt, würde gehen Das heißt, 20 Planken Für zwei Stück Da brauche ich nochmal vier Dings hier Eins, zwei, drei, vier So Das brauche ich noch Ich brauch, äh Zwölf Nägel Ich glaub, das hab ich Genau Zwölf Nägel Und zwei Scharniere Wie mach ich Scharniere? Der eine ist in Bahn Das heißt, ich kann mir jetzt Zwei Anbauflächen eigentlich bauen, oder? Nice Ich hab zwei Anbauflächen Nice Okay 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 Hier ist auch das wieder fertig Okay Jetzt könnte ich hier eigentlich Holen wir noch schnell den Chest hier Jetzt wird schon wieder nachts Lass ich euch schlafen So Mach ich so Okay Die ist ein bisschen sehr groß Aber egal Wie cool die aussehen Das muss hier nur mehr irgendwie So ein Baum wachsen Habe ich eigentlich Baum-Saplings Oh mein Die Saplings Habe ich Baum-Saplings Palmsamen Nice Lol Ja Hab man so ein richtig kleines Ähm Okay, okay, okay Egal So ein kleines Paket Aber die gleiche drinnen Das sammeln Das ist Pflanze die an Lol Das sind sie Richtig Baby Zombies So Ich glaube Die brauchen ein bisschen Wasser Das heißt Salzwasser glaube ich Ne Die brauchen normales Wasser So Dann esse ich kurz das Äh essig Also trinke ich kurz das normale Wasser Und gebe gleich ein neues Wasser rein So Oh Und hier ist wieder Detlef Böse Detlef So Ist das jetzt schon fertig Okay, nice Dann ist das hier jetzt fertig Dann schaue ich Dass ich hier jetzt Ähm Dings bekomme Dass ich hier Ich gebe die Palmsammer Einfach wieder rein hier Oh Böse Detlef Böse, 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 böse Oh 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 nein Okay, das trifft Nein Detlef hat unser Dings zusammen Äh Ein Teil von unserem Floß hier Zusammen gegessen Was nicht gut ist Okay Ich brauche jetzt nur mal Das Wasser Wachsen die Bäume hier Ich finde unser Haus Eigentlich schon richtig cool hier Mach ich jetzt so Ich brauche jetzt schon Wenn ich hier Einen zweiten Stock habe Oh Und ich brauche Es fällt mir gerade auf Okay Ähm Ich könnte eigentlich Das Fleisch von Detlef Also von einem Hai Hier Braten eigentlich Ja, das mache ich gleich So Jetzt brauche ich nur mal Kunststoff glaube ich Dann könnte ich mir die Flasche auch Ja, nice Ich habe sie Okay Okay, ich glaube Das können wir jetzt Wegschmeißen Aber ich gebe es hier mal Irgendwie rein Das heißt Können wir jetzt Okay, was bringt sich das jetzt Ich glaube wir können Mehr trinken hier Doch Tatsache Wir können länger hier Was drin haben Okay, okay Gibt es nicht Irgendwie Einen weiteren Erweiterten Dings hier Erweiterten Wasserkocher Habe ich den schon Erlernt Das ist die Frage Gibt es hier Irgendwo Einen erweiterten Wasserkocher Weil für die Flasche Da Flasche 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 Wo ist denn der Wasserkocher Haben wir das schon gelernt Das haben wir schon Oder Doch Reiniger Vier Glas brauchen wir Das heißt Vier Sands Glaube ich Wenn man den Ofen schmilzt Okay Ich habe zwei Sands Das heißt Ich schmelze es einfach mal Trotzdem Und hier kommen wieder Items hier ran Okay, okay, okay Ich möchte hier den Sands Und die Steine So Habe ich das fertig Ich hau gleich das Zweite hoch Okay Habe ich schon Glas Ist die Frage Nee Ich habe glaube ich Kein Glas Ich habe eine Metallbahn Ich kann eigentlich Metall Auch gleich weiter schmelzen So Vorne Ganz ganz vorne Kommen hier solche Chests Aber ich glaube ich Schaue es nicht Die zum Herziehen So Die Chests Glaube ich Schaue ich aber Ich gucke Schaue ich die zweite Auch noch Oh oh Ist ja knapp Habe ich es? Okay, nice Na gut Nevermind Ich dachte ich habe es Aber ich habe es leider Nicht gehabt So Ähm Nice Das heißt Dann gebe ich hier Das Holz wieder rein Und den Grundstoff Und den Grundstoff auch So Bam 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 Und die Kartoffeln Und die Kartoffeln auch hier wieder Okay ich brauche wieder Planken hier Dass ich hier das hochgebe So Hier wieder die Kartoffeln rein Könnt ihr eigentlich Kokosnüsse essen Weil ich ging auch trinken Richtig viel Richtig viel Dann gebe ich hier rein Okay 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 Haben wir noch ein bisschen blanken Wir haben noch ein bisschen Das heißt ich könnte hier noch ein bisschen ausbauen Aber wir haben natürlich auch Blätter Weil das ist günstiger mit Blättern und mit Holz zu arbeiten Mache ich hier irgendwie Fenster rein Fenster 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 Hier ist ein Fenster Okay jetzt die Frage Wo mache ich das Fenster rein Ich glaube hier ist es ein bisschen ungünstig Ich glaube ich mache hier ein Fenster Ich mache hier und hier ein Fenster Ich glaube das ist gut So mache ich So Und ich glaube den Rest Machen wir in der nächsten Folge Oder wenn wir noch ein bisschen Blätter finden Wir haben halt relativ wenig Blätter Und Da ist schon klar Okay Jetzt brauchen wir Nummer 1 Sand Glaube ich wenn ich mich irre Der Wasserkocher Ne wir bauen noch Drei Sand Ne zwei Sand hier noch Nach dem Glas Nachdem das geschmolzen ist hier Egal ich brauche einfach hier noch schnell das oben fertig So Und hier irgendwie schräg Geht das Das funktioniert okay Okay Und hier irgendwie schräg Okay nice Okay hier steht jetzt das Segel im Weg Jetzt ist die Frage Kann ich das Segel hier ganz nach oben machen Es ist Geht das Es geht okay okay Wie geil ist das Lol Hier könnte ich auch mal ausbauen nachher Ich baue mal hier mein Haus weiter Und hier ist irgendwie So ein Dings Bei mir Okay böse Böse Taube hier Das Wasser muss ich hier auch noch reingeben Zu den Bäumen Sonst wächst das gar nicht So Erste Baum Jetzt schmilzt das zweite So Ähm Da ist das ist ja auch noch ein Dings Da ist ein Dings Da ist ein Dings Und ich gehe mal schlafen hier Es ist richtig dunkel So 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 Das ist immer noch leicht dunkel Aber egal Aber egal Sorry wenn es ein bisschen dunkel Gerade war So bam Lol Wie der Nebel hier richtig cool aussieht Okay jetzt brauchen wir nur mehr irgendwie das Dach hier oben Und die Tür hier So Wir brauchen halt noch ein bisschen Blätter Können uns zwei Seile glaube ich machen Ich habe noch ein Seil hier drinnen Okay dann meinte habe ich Ne ich habe es eh im Montag gehabt Das heißt Ich kann mir jetzt Einen Speer Kraften Kraften Ich mache aber glaube ich Einen erweiterten Speer Das ist gleich Okay nein Ich habe gleich einen erweiterten Speer gemacht Dann kann ich Detlef gleich one hiten Hoffe ich zumindest Mit dem Metall Speer Und Wie cool sieht denn der hier aus Oh oh Und Das Holz treibt ja auch schon weg Okay jetzt haben wir so ein Einfach das Segel hier oben Okay Jetzt kann ich hier noch Das Eisen Die Eisenstücke hier reingeben So bam bam Und so Okay Ich glaube in der Insel kommt jetzt nicht mehr Ich glaube ich bin irgendwo im Nirgendwo gerade glaube ich Okay Dann würde ich jetzt mal sagen Das war's der Folge Raft Wenn ihr mehr Euro aufziehen wollt Lasst ein Abo und ein Like da Und ja ich lage hier noch eine Das Essen Genau ich esse hier noch schnell Ein bisschen So bam So Okay das war falsch hier Dann war's für die Folge Raft ja Lass ein Abo und ein Like da Und ja Ciao Elektronik Euer Was hast du Wenn ich weiß Das war's für die Folge Ich hab dich Ich свидetze Und ja Ich glaube ich